Ich fährt dieser Bus zur Front. Hm, nächste Haltfreundlinie. Hurra, wir fahren in Puffener Fahrt verloren. Incredible, du weißt ja, was du zu tun hast, ne? Äh, Notbahn? Yes, Sir. I can boogie. Die Jungs lernen doch Dreck zu pressen. Ich bin sicher, dass es alles boogies sind? Wenn ich deine Stimme so höre, ja? Guck mal. Kommt dran, kommt dran und Positionen halten, wir erobern. Positionen halten, halten, halten. Hinlegen, hinlegen, in den schwarzen Kreis und hinlegen. Ruhe. Jawohl. Voll Entdeckung, Männer, voll Entdeckung. So ist gut, sehr gut, sehr gut. Machen sie weiter so. Hast du rein platziert die Bombe da vorne? Ich hab auch mit der Artillery euch geholfen. Ich glaube, wo B sind die Bischofs. Geht von den Häusern weg. Entdeckte von der Laiche. Zippers, die Artie. Ich ziehe mir immer definitiv auf die Häuser. Das sieht man ja. Auf meinem Weg ein feindlicher LKW, Gott leid, Wacken. Hab ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Das trete ich hin. Aber ich bin sicher. da war gerade eben noch einer ungefähr mein ding ungefähr ob dies heißt Infanterie Marker im Osten ist akkurat. Ich habe es eben schon gesehen, komm mal mit. Du bist Pio? Ja. Okay, dann nehme ich den nächsten Supplier noch. Hälfte vom Aufkommen. Wir haben Gegner im Cap. Gegner im Cap. Warte, geht er weg! Die haben uns die Supplies abgebaut, die Schweinehunde. Habt ihr den? Oder wie viele sind das? Ich habe zwei Leute gesehen. Ja, check. Genau, genau richtig. Etwa 15 Meter. Das ist eine Außenposten. Das ist eine Außenposten östlich an der Mauer. Circa 100 Meter. Okay. Ich habe gerade eins spawnen sehen. Das kann auch eine Garni sein. Schneider down. In welche Richtung? In der Richtung. Oh, ich gepinkt habe. Bei den Brunnen. Lauf! Geh weg von den Brunnen, Pinkman. Lauf! 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 Da müsste ich gleich Bomben machen. Uh! Wir müssen uns nochmal nachfragen, dass das Supply ist direkt bei der Garnia hier vielleicht. Einen habe ich im Hackett. Was haben wir? Was haben wir? hier lag einer an den rahmen wo sind die granate wo sind die granate wo sind doch pier Zu hallo hallo baby ich habe meinen helm gefunden kann ich dich nicht vielleicht doch begleiten aber klar baby pack noch ein zweites höschen ein ein Ah, ich habe endlich eingetroffen. 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 Oink, oink, oink.